digitale währungen eu plant neue regulierungen die neuen regulierungen der eu für digitale währungen in den letzten jahren hat die nutzung digitaler währungen auch als kryptowährungen bekannt stark zugenommen angesichts der wachsenden beliebtheit und des einmaligen potenzials dieser digitalen assets plant die europäische union neue regulierungen zu erlassen um den markt stärker zu überwachen und zu schützen die initiative soll insbesondere darauf abzielen das vertrauen der verbraucher zu stärken und betrügerische aktivitäten zu bekämpfen laut eu-behörden sind die bestehenden regelungen in vielen fällen nicht mehr ausreichend um mit der rasanten entwicklung der digitalen währungen schritt zu halten die neuen vorschläge sehen vor klare regeln zur registrierung und überwachung von kryptowährungsanbietern einzuführen es wird erwartet dass diese maßnahmen dazu beitragen zumindest teilweise die regulatorischen lücken zu schließen die in der vergangenheit zu skandalösen vorfällen führten experten haben betont dass es unerlässlich ist die sicherheit der anleger zu gewährleisten und gleichzeitig innovationen nicht zu behindern ein zentrales anliegen der regulierung ist der verbraucherschutz die eu wolle sicherstellen dass benutzer von digitalen währungen über die risiken informiert sind und in der lage sind fundierte entscheidungen zu treffen darüber hinaus soll es maßnahmen geben um geldwäsche und terrorismus finanzierung zu bekämpfen die oft mit anonymen transaktionen von kryptowährungen in verbindung gebracht werden ein fachmann für finanzregulierung erklärte dass die neuen regelungen auch darauf abzielen klare verantwortlichkeiten für die anbieter von digitalen währungen festzulegen aber die pläne stoßen nicht nur auf zustimmung kritiker warnen davor dass zu strenge vorschriften die entwicklung innovativer technologien im bereich der block chain und der digitalen währungen behindern könnten einige start ups im krypto bereich fürchten dass die regulatorischen anforderungen das wachstum und die wettbewerbsfähigkeit gefährden könnten es bleibt abzuwarten wie die eu eine balance zwischen regulierung und innovation finden wird die offizielle stellungnahme der eu kommission wird in naher zukunft erwartet und die branche beobachtet die entwicklungen mit großem interesse die neuen regulierungen könnten weitreichende folgen haben nicht nur für die aufsicht über digitale währungen in europa sondern vielleicht auch global auto anita farke montag 14 oktober 2024